die grüße paul schöne grüße am paul nicht meine mut ist schon geschafft oder was ist da los kommt schattig die aufnahme verkack ich extrem ohne aufnahme bin ich recht ja da bist du schon gut aber kommen ist ja auch nur da aber ich bin auch nicht gerade der beste spiel das ist schnell nur noch modul 2 ich falle ständig auf den sprung kann ich nur sagen gg es war so klar der premie ist natürlich wieder erster wert das modul 5 ist richtig dumm das ist das der den sprung wo ich bei dir war wo ich dich gefragt habe ob der geht überhaupt ich habe zu also beim zweiten mal geschafft nein das ist kacke dass dann arm baum drauf ja dass dann wieder auf die leiter wieder beim zweiten mal geschafft nein ich habe wieder den sprung auf steckt man nicht geschickt schickt man nicht wirklich kacke der sprung auf checkpoint ein das oft mit oft mit der leiter du musst ganz schnell ans nie drücken ja irgendwie so wenn du nur hingehst du stehst ich glaube du darfst doch nicht laufen dabei ich weiß nicht es ist geschafft ja gut durch fünf geschafft im sex geht grad noch ich habe die sprung wieder ich habe schon vier mal geschafft der und firma ich den sprung auf steckt man nicht geschafft ich schaffe ich schaffe es nicht aufs checkpoint bitte kommt zu mir und macht mir das gewann fährt der nächste eine stunde deshalb eine halbe stunde muss noch bikini man dass das macht doch kein wettmatch war ich habe den sprung checkpoint geschafft jetzt mache ich euch fertig hier nichts können knaps bisschen beim cube ja ja der satz normal der war immer schwer also auf hart war dem es uri sie ja sowas ist ja wieder easy aus oder was ist das für ein scheiß gut gewesen doch der clip kann schwer sein wenn man nicht weiß wie man dort springen muss nein das ist so gut wie unmöglich finde ich ja bist du eigentlich hier ist da tatsächlich lol schlecht dass der loot denn sie glaube ich gibt den scham blick dann hatte ich schon was ich komme ich auch nicht jedes mal gut ja was sind wir mal ehrlich hat sie geändert wirklich ja wie denn leicht den letzten sprung da oben war nie senzen den tube haben sie ganz sicher geändert weil alles was ich kann ich kann ihn komisch weiß er nicht mehr am rand gehen ich fliege da einfach runter ich gehe so wie ich immer gehe im cube ich hab den cube immer first rei geschafft immer und jetzt hänge ich da weil ich nicht am rand gehen kann ich fliege einfach runter da hat man sich jetzt ständig den kopf und wie soll man das schaffen man die nehmen wir wirklich drogen oder die meppe border ich springe zuerst mal auf die kiste drauf so ein chest plate was da schon mal bei der kiste okay den ersten kolben schaffe ich immer also okay checkpoint ich bin beim checkball sprung auch bittet den jetzt nicht verkacken nein checkpoint sprung verkackt wie kommt man dahin hallo kann man das jemand erzählen nein wieder check von sprung verkackt ich habe auch glaube ich jetzt richtig glück gerade weil das ist spring einfach ganz 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 spät ab dass ich mache das schon so mal ich glaube auch dass es teils auch wirklich an der mechanischen tastatur liegt weil ich habe kürzere kürzere reaktionszeiten auf der tastatur kommst du dich nicht an die kiste ran ich habe jedes mal jedes mal den sprung aufs checkpoint ja was gäste so bin ich also hatte drogen nehmen wie kommt das war nur junkie kommt aus der idee junkie man komm das macht keinen spaß so ein hunden modul so geil heck der oder was ja ja nein hex ich habe der ich auch gerade getötet hat dieser drachenleiter das der reite zu dem haben seine mutter hat mich der gerade auch getötet weiter gibt der rembox der hat ja auch nix lol ich drehe mich denn einfach die ganze darf karo hilf mir bitte mal ganz kurz jetzt das ist der stein wird einfach weg ja geil danke dass dass ich wegen dem jetzt das stein wird nicht bekommen habe ja geil nein ja so hinter uns ist keiner hat man hat die fresse geben achtung nein das hat größe ich habe ein king for life wieso ich wäre alle beide getötet wieso team hast du den gesehen wie ich den verpinkt habe also manchmal habe ich echt schon es liebte noch ich frage ihn aber wollen was es gegen mich macht ok ok ich gehe auch weg warte nein dann schaust du an ja komm her schau zu ok stell dich da in die ecke dahin dass du siehst wie die pink schön verpassen die hast du hast du eine anglisch für mich ja okay würdest du mir die kurz dropp noch als max oder stein führt oder nimmt dir beide dasselbe schön hast du hast denn ich habe ich habe nichts hast du ja okay ich gewinne sie das so das ist wie einsteigt umsteigt nicht einsteigt was wo oder 50 auch aber nein es könnte ich mir den stein schüttlich dem schade hast du hast die röste da hab ich sie für dich wir tun russi tauschen dass die russi deine und du bist mir sein dann ist es fair ja sonst wäre sie umfassend hast du das steinschwert erwischt dann habe ich auch ja ein kleines ready an okay gewicht auf die fresse ja mein ding ist nicht hoch dann dürfte eine gut sein also jetzt bist du ein guter gegner also wieso machst du mir so viel schaden macht du scheiße ich war er in der treppe nahe ist die team her ich bin nur in der treppe gepackt erläutert dort nach oben aber nach oben und erzieht wenn ich vorgeschaut